Ey, Marti? Ja? Weißt du, was heute ist? Dienstag? Ja, auch, aber nein. Ja, auch, aber nein. Dann ist heute dein Geburtstag. Nein, auch nicht. Unser Jahrestag? Wir sind immer noch nicht zusammen. Weiß ich, war auch Ironie. Internationaler Kartoffelsalat-Weibhof-Tag. Sag's doch endlich! Kreativ, aber auch nein. Heute vor genau einem Jahr wurde hier auf dem Kanal das erste Tag Scalibor-Video hochgeladen. Oh. Ah. Jawoll Leute, ihr habt richtig gewonnen. Heute wird Excalibor genau eins. Eins, also ein Jahr alt. Und in diesem ein Jahr haben wir so viele Filme durch und so viele Serien und Spiele und so. Das kann man an einem Tag gar nicht alles abarbeiten. Wir haben geguckt, gelacht, geflucht, geweint, geschnitten, geschrieben, gedreht, gekackt. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall sind auch die Leute hinter der Kamera, die dort hinten sitzen. Man kann sie jetzt nicht sehen, aber es gibt sie wirklich. Sie sind da. Also jeder trägt hier gleich viel dazu bei, dass am Ende dieser wunderschöne Mutterkuchen, der Tex Calibor heißt, dabei herauskommt. Mutterkuchen war jetzt eine Anspielung an Benjaworski. So. Und wir hoffen natürlich, dass wir in einem weiteren Jahr noch die große 2 mit euch freuen können. Und deswegen. Ja. Party hart. Wo ist der scheiß Schalter? Was ist das Ding? Was denn? Was denn? Komm! Ein bisschen rein! Text Calibor vorbereiten! Text Calibor vorbereiten! Text Calibor vorbereiten, aber ich will nicht! Komm! Ah Mann, schrei doch mal hoch! wilde appara本 rum! Untertitelung des ZDF für funk, 2017